Was sind Modemlichter? Modemlichter sind einfach die Lichter, die an externen Modens zu finden sind. Abhängig davon, ob die Anzeigen dunkel, aktiviert und dauerhaft sind oder blinken, zeigt jede Modemanzeige die Aktivität an, die derzeit zwischen dem Modem und der angeschlossenen Computer-Festplatte stattfindet. Der aktuelle Status der Modem-Leads zeigt dem Endbenutzer an, ob eine Verbindung hergestellt wurde, ob die Verbindung aktiv ist oder ob die Verbindung aus irgendeinem Grund unterbrochen wurde. Die Aktivität von Modemlichtern wird normalerweise als Hans Hacking bezeichnet. Wenn das Modem verwendet wird, interagiert das Gerät im Wesentlichen mit dem Computer. Das Modem empfängt Eingang vom Computer und versorgt die Festplatte wiederum mit Daten. Beide Geräte bestätigen den Empfang von empfangenen Daten und befielen des jeweils anderen. In diesem Sinne ist der Handschlag eine Geste zwischen zwei Personen, die sich auf einen Austausch oder einen Aktionsplan geeinigt haben. Dieser Interaktion oder dieser Handshake, der durch Modem-Leads angezeigt wird, wird durch das Vorhandensein des universellen asynchronen Empfängers-Senders auf der Festplatte des Computers ermöglicht. Mit dem UAT-Micro-Heap kann der Computer mit dem Modem kommunizieren und die vom Modem empfangenen Daten verarbeiten. Ohne das Vorhandensein des UAT ist es unmöglich, eine Verbindung mit einem externen Modem herzustellen. Das externe Standardmodem verfügt über verschiedene Arten von Modem-Anzeigen. Die A- oder automatische Antwortanzeige zeigt an, dass das Modem besetzt ist und einen eingehenden Anruf entgegen nimmt. Die CD- oder Trägerdetektorleuchte bestätigt, dass der Computer und das Modem eine Verbindung hergestellt haben, und die Kommunikation zwischen beiden Geräten ist jetzt möglich. Die HS- oder Hochgeschwindigkeitsanzeige leuchtet auf, wenn das Modem für eine relativ schnelle Datenübertragung vorbereitet ist. Schließlich zeigt die MR- oder Modem-Bereitschaftsanzeige dem Endbenutzer an, dass das Modem für den Betrieb eingestellt ist. Die in einem externen Standardmodem vorhandene Reihe von Modem-Anzeigen hilft dem Endbenutzer, den aktuellen Status der Verbindung jederzeit zu überwachen. Falls die Verbindung zwischen dem Computer und dem Modem unterbrochen wird, ist normalerweise nur ein schneller Neustart des Modems erforderlich, und Sie müssen einen Schlüssel, einen Schalter oder eine Taste am Modem verwenden, um die Verbindung wiederherzustellen.